So, dann wollen wir doch mal testen, wie die Aufnahme jetzt ist. Aber das klingt doch schon eigentlich bei weitem besser. Mal kurz eine Stimme hier haben. So. So, ihr Schönen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Brew Barons. Dieses Mal hoffentlich mit angenehmeren Sound. Nicht so viel. Wir müssen erst mal weg, weil wir haben uns beim letzten Mal etwas verschnappst. Wir haben den Fusel zu hart gemacht. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Jetzt heißt es erst mal, Schadensbegutachtung. So. Dafür fliegen wir einmal zurück nach Hause. Uuuuuhhhhhh. Uuuuuhhh. Platsch. Ich kann sagen, dass du das schon gemacht hast. Stat-Report. Moderate Damage. Ja, ja, ich habe es ein bisschen kaputt gemacht. Kann schon sein. Hahahaha. Hier kann man angeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Ich muss erst mal gucken. So. Da war das. Uuuuh. Nochmal Waterbombe. So. Bada, 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 bada. Bada, 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 bada Ja, ein bisschen steiler müsste ich da schon runter. Dann suchen wir nochmal unser Glück. Das macht schon Bock, um ehrlich zu sein. Wo ist es? Da. Nee, ist ein anderes Feld, aber ist egal. Wir versuchen es jetzt von hier aus. Da rattert es ganz schön im Flugzeug hier. So, jetzt nehmen wir schon mal sanft den Schub raus. Können wir einfach nur runtergleiten? Das wäre doch einfach mal schön. So ein bisschen runtergleiten, vorsichtig. Wo sind wir? 36 Knoten fallend. Ja, so langsam will er nicht mehr. Oh, nee, so funktioniert es nicht. Muss ich nochmal... Oh. Jetzt setzen wir sie vorsichtig auf. Oh, guck mal. War doch eigentlich ganz gut, oder? So, jetzt müssen wir nochmal gucken hier. Ähm, erstmal müssen wir jetzt... Ja, ja, Entschuldigung. Mein Fehler. So, ähm, müssen wir nochmal zur Brauerei. Kann ich hier die Contracts sehen? Contracts. Da. So, also Apple Cider sollten wir machen mit maximal 13%. So, das kann sein, dass wir das ein kleines bisschen übertrieben haben vielleicht. Mit 4%. Ist doch in Ordnung. Eigentlich sollte der doch so okay sein, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Achso, den habe ich in der Bar. Okay, also... Achso, ich weiß jetzt nicht, hatte ich genug davon... Die hier, die musste ich behalten. Äh, da müssen wir nochmal gucken hier. Contracts. Apple Cider. Oh, einen muss ich da noch hinbringen. War ja klar, hat er wieder auf den... Ich schwöre es euch, der trinkt da... Während der... äh, während er fliegt. So, mach mal 8. So, nicht, dass er auf dem Weg wieder was verschluckt. Ja, kann ja alles mal sein. So, Contracts. Der Wodka zwischen 8 und 28%. Und zwar the Pelican and Pine, ähm, Prickly Weed. Was habe ich jetzt gesagt? Zwischen 8 und... Zwei... Ne, zwischen 28 und 32. Ne, zwischen 8 und 28%. Meine Güte. So, was hat er hier? Ja, der hier. 36. Ah, knapp drüber. So ein Mist. Und der hier hat 34 und sollte haben... Äh... Och, 32. Ne, 24. Okay, okay, okay. Äh... Ja, dann müssen wir das Zeug in der Bar verkaufen. Das nützt alles nichts. Das muss alles in die Bar. Dann müssen wir da verscherbeln. So. Den müssen wir jetzt nochmal neu machen. Ja, dann... Einmal anpinnen. Kann ich beide anpinnen? Ne, ich kann nur eins anpinnen. Okay. So, ähm... Ja, mal überlegen. Okay, also wir müssen... Prickly Weed. Äh, 8%. Maximal 28. Okay. Äh... Create. Haben wir dafür überhaupt reichlich? Ich muss mal gucken. Also. Haben wir noch irgendwas anderes denn da? Ne, wir haben nix anderes mehr da. Hm. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Getreide, oder? Ja, ich hab das Getreide gerade schon. Ne, das geht nicht. Okay, äh... Dann müssen wir nochmal raus. So. Hangar. So. Fliegzeug ist repariert. Refuelen können wir das auch mal. Und dann können wir eigentlich auch... Los. Müssen wir uns erstmal nochmal Getreide besorgen. Schönen, sanften Anflug. Oh, das muss ja nicht ganz so schnell fliegen, oder? Hier geht ja eher um Präzision, wa? Und mein Flugzeug dazu... Davon Schaden? Hab ich immer noch nicht so ganz begriffen. Nooo. Davon nimmt es Schaden. Ja, danke. Autsch. Toll. Habt das wieder kaputt gemacht. Aaaaaah. Trotzdem brauchen wir das lecker, lecker Getreide einfach. Schöner Tiefluck. Oh. Vielleicht geht's so. Ja, guck mal. So geht das doch ganz gut. Incoming! Nyaaau. Nyaaau. So machen wir das schön hier. Wollen wir schon mal ein paar Kartoffeln freilegen für den Rückflug gleich? Oh, schön unter dem Baum, ja komm. Herrlich. Herrlich. Oder? Einfach schön. Ich finde, das ist so ein richtiges Feelgood-Game. Ich weiß nicht. Es sieht schön aus. Hat einen schönen Cell-Shading-Look. Es ist Glare, was ich sonst eigentlich überhaupt nicht mag. Gefällt mir hier. So. Ein paar Kartöffelchen noch einstecken hier. Zack, 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 zack. Vielleicht suchen wir uns ein neues Feld, das nicht ganz so gerupft ist. Hm. War doch noch... Ja, ja, ja. Ist das auch durch? Aber ich dachte, das hätte ich gerade... Nee, das ist überhaupt nicht durch. Das können wir nehmen. Ist da. Und fertig machen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht ins Haus dahinter ballere. Das wäre natürlich ungut, ne? Sollte ich vielleicht nicht Ost-West, sondern Nord-Süd anfliegen. Ja. Luftfahrerfachjargon. So geht das. Ich hätte nie gedacht, dass Agrarflieger so ist. Ich dachte immer nur die Sprühen. Nicht, dass die ernten und Bomben werfen. Komm ich zwischen den Bäumen daher? Was meint ihr? Oh Mann, das Flugzeug ist verraten. Ich glaube nicht, dass unsere Erkrankungspolitik verraten wird. Ja, ja. Könnt mich alle machen. So. Okay. Wo wir gerade hier sind, können wir auch die Kartoffeln mitnehmen. So. Aber bitte, das ist ja, also das ist auch so eine Art Schnellreise, wenn du bereit bist, die Kiste zu reparieren. Dann kommst du schnell wieder nach Hause. So. Äh, Contracts. Frickly Weed, äh, Weak Wodka. Hauptschultag geteilt. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen hier. Hm, wie viel soll er haben? 8 bis 28, okay. Ja, da haben wir es doch dann. Ähm. Ne, wir destillieren das. So. Bottle. Oh, kann schon eine andere sein, finde ich. Ja, so eine Wodka. Ja, der hier, der gefällt mir immer noch. Komm, kriegt hier so ein Krönchen. So. So. Äh. Das ist, äh. Das ist, oh ne. Neon Nerds. Second. Try. Das wird so ein Special-Ling. So. Und dann können wir noch gucken, direkt, Contracts, äh, so. Vielleicht können wir da ja auch schon was reißen. Ja, 18 Kartoffeln reicht bei weitem nicht aus als Hauptzutat. Ne. Wir müssen noch mal los. Ersten Klick nimmt er nie hier. So. Nützt nix, aber wir müssen noch mal kein Töffelchen holen. In einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion. Gut. Unser Held startet und droht in einer heimlichen Nacht- und Nebelaktion. Kartoffeln. Wuuuh! Pshtschuuuuu. We're at 500 meters. Uuuh! Huuh! Das ist ja spät alle oder was? Nö, der spät ist voll. Was hustest du denn so? Stell dich nicht so an hier. Jetzt beginnt die Kartoffelernte. Bam, 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 bam. Hallo? Oh, Mann, ey. Ach, Mann. So. Guck mal, zwei Apfelschlotze. Ich hab sieben reingepackt. Hat ja schon wieder alles weggesoffen. Kann doch nicht sein, oder? Oh, kein Wasser mehr zum Bomben, okay. Irgendwie erinnert mich die Musik echt so an Nintendo, ne? Also, das ist so eine richtige Nintendo-Musik. Könnte jetzt Pokémon sein oder Mario. Oder Zelda. Würde er auch gehen, während er auf dem Wasser seinen Weg sucht. Da hinten sehe ich ein Getreidefeld. Da sehe ich doch einen Kartoffel. Ja, ja, ich bin doch dabei. Hörst du nicht, wie ich ernte? Ja, ja, ich bin doch. Ja, ich bin doch viel Ja, ich bin doch studiert. Das wäre die Hauptzutat jetzt, ne? Aber kann ruhig noch mal ein bisschen ergiebiger werden. Das wäre die Hauptzutat. Das wäre die Hauptzutat.